Moin Moin und herzlich Willkommen zur kostenlosen Nachhilfe von Oberprima.com und los geht's! Von einem Dreieck sind die Koordinaten der Eckpunkte gegeben. A mit minus 1 und 3, B 3, 3 und C mit der x-Koordinate 3 und der y-Koordinate 6. Berechnen Sie, also bitte nicht messen, A den Flächeninhalt des Dreiecks, B den bei Punkt A liegenden Winkel Alpha, C geben Sie die Gleichung der Funktion an, deren Graph den Winkel bei B im Dreieck ABC halbiert. So, in Aufgabe 12 würde ich auf jeden Fall erstmal vorschlagen. Als allererstes zeichnen wir mal diese Punkte ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Und die Punkte lauteten ja, A ist minus 1 und 3. Hier ist minus 1 bei x. Und 3 ist 1, 2, 3 hier. Das heißt, wir machen hier ein Kreuz hin und schreiben gleich einen großen Punkt A dazu. Dann nehmen wir Punkt B, der ist bei 3 und 3. Ziemlich genau hier ist der Punkt B. Und Punkt C liegt bei 3 und 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist dann letztendlich keine wirkliche Zeichnung. Nur damit sich das jeder vorstellen kann. So, gezeichnet wird sowas in der Klausur. Und auch sonst im Heft mit Lineal. Wir sehen, hier vorne haben wir einen rechten Winkel. Man sieht, das hier ist parallel zur x-Achse. Dieses hier ist parallel zur y-Achse. Aufgabenteil A sagt jetzt, berechne den Flächeninhalt. Der Flächeninhalt eines Dreiecks, Groß A, ist ja immer gleich Grundseite mal Höhe geteilt durch 2. Und die Grundseite und die Höhe sollten in dem Fall auch senkrecht aufeinander stehen. Das heißt, wie lang ist dieses hier und wie lang ist das? Das Ganze können wir ein bisschen schöner aufschreiben als g mal h durch 2. Und zwar ist dann Groß A gleich 1,5 mal den Betrag der Strecke AB, wie wir das gerade eben gesehen haben. Strecke AB und jetzt haben wir noch den Betrag davon. Denn die Strecke könnte auch negativ sein, wenn wir von rechts nach links geguckt hätten. mal den Betrag der Strecke B, C. Und das ist dann gleich, wenn wir uns das nochmal kurz in Erinnerung rufen, das Dreiecks saugen wir so aus. Hier war ja minus 1 in x, hier war 3 in x. Das heißt, wenn wir die Strecke AB berechnen wollen, nehmen wir 3 minus minus 1. Oder halt minus 1 minus 3, kommt beide Male 4 raus im Betrag. Das heißt, die Länge hier ist 4. Dieses hier war ja Punkt A. Dieses hier war Punkt B. Das heißt, wir können hier für AB 4 einsetzen. Und BC, hier war ja der Y-Wert 3 und hier war der Y-Wert 6. Deswegen ist diese Strecke hier 3 Längeneinheiten. Und dann können wir genau diese Erkenntnis einsetzen. Ich hoffe, das ist jetzt jedem klar, dass wir hier 1,5 mal 4 mal 3 rechnen. Das kann der Taschenrechner. 4 mal 3 ist 12. Mal 1,5 ist gleich 6. Und das Ganze nennen wir dann normalerweise Flächeneinheiten, FE. Weil wir nicht wissen, ob das Zentimeter sind oder sonst irgendwas. Gut, das können wir deswegen machen, weil das Dreieck ja rechtmöglich war. So, jetzt nochmal zur Erinnerung. So in etwa sieht das Dreieck aus. Hier ist A und hier ist Alpha. Und jetzt sollen wir den Winkel Alpha berechnen. Wir wissen, dass dieses hier 3 cm oder 3 Einheiten lang ist. Und wir wissen, dass das hier 4 Einheiten lang ist. Dann gucken wir uns das an. Und dann schauen wir vielleicht auch nochmal kurz in die Formbesammlung rein. Jedenfalls müsste hierbei klar sein, dass Tangens gefragt ist, weil wir die Gegenkathete und die Ankathete haben. Tangens Alpha ist ja gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete ist in unserem Fall 3 lang und die Ankathete ist 4 lang. Dann steht hier Tangens Alpha ist gleich 3 Viertel. Und dann machen wir im Taschenrechner Tangens hoch minus 1. Und dann kommt daraus Alpha ist gleich 36,9 Grad. Wunderbar. Jetzt gehen wir gleich zum nächsten. So, geben Sie die Gleichung der Funktion an, Spardas, die den Winkel bei B halbiert. Nehmen wir nochmal wieder dieses schöne Dreieck hier, A, B und C. Und wir wissen ja, hier in etwa geht die Y-Achse durch und hier irgendwo ist die X-Achse. Jetzt ist diese Gleichung hier gemeint, die diesen Winkel halbiert. Der soll hier 45 Grad sein. So, 45 Grad Neigung, das kann man auswendig lernen, bedeutet M ist gleich minus 1 in der Gleichung. Das ist ja eine lineare Gleichung, die heißt Y gleich M, X plus M. So, wir wissen einen Punkt, P, ist eine B nennen wir, sehr logisch. Der ist 3,3 und wir müssen halt tatsächlich gucken, das ist ein, dieses ist parallel zur X-Achse, dieses ist parallel zur Y-Achse. Deswegen muss M gleich minus 1 sein. Ne, 45 Grad Steigung hier, die Winkel halbierende hat M gleich 1 und dann ist das hier die, die senkrecht darauf steht. Das muss man tatsächlich auswendig können. Und dann kann man den Punkt einsetzen und M einsetzen, das heißt wir setzen jetzt beides ein. Dann steht hier 3 ist gleich minus 1 mal 3 plus N. Dann steht da 3 ist gleich minus 3 plus N plus 3. Dann kommt nämlich diese minus 3 hier rüber. N ist gleich 6. Und dann haben wir die Funktionsgleichung F von X ist gleich minus X plus 6. Und dann haben wir auch diese bisher schwierigste Aufgabe, wie ich fand, gelöst. So, tschüss für diesmal. Mehr Videos gibt es auf oberprima.com. Wir sehen uns. Das mache ich Ihnen. Wir sehen uns.